Baby, du bist mein bester Freund, du kannst nur sowas tun. Heute Abend Livestream, kommt unbedingt vorbei. Oh Leute, was geht, herzlich willkommen zu einer wunderbaren Runde. Mit dabei ist heute lieber Alphastein, was geht? Alphastein, was geht? Stopp, Alphastein, ja, was denn? Danke dafür, Stein, machst du dich vielleicht kurz bereit? Stein, du hast mich kontaktiert. Mach dich jetzt bereit, verdammt nochmal! Du hast mich kontaktiert und... Du hast mich kontaktiert... Du hast mich... Stein, darf ich... Also, Alphastein hat mich kontaktiert, meine Freunde, weil er angeblich geheime Infos über Season 5 hat. Scheinbar hat er sich mit irgendwelchen Darknet-Data-Miner... Du hast mir gesagt, du weißt Dinge, die noch keiner weiß und deshalb sollen wir ein Video zusammen aufnehmen. Das hast du mir gesagt. Stein, wenn das nicht der Fall ist, dann beende ich das Video jetzt sofort. Okay. Okay. User left your town. Das... Du hast mich auf WhatsApp angeschrieben, hast gesagt... Okay, ist egal, wir spielen einfach eine Runde, Stein, du erzählst einfach, was du weißt oder gedenkst... Ich kenne Standard-Skill, ja. Komm, wir gehen direkt nach Tilted in den Main-Tower, damit es schon richtig schwer wird, okay? Also, Alphastein, die Rakete ist ja bekanntlicherweise gestartet, ja? Hier nochmal ein kurzer Clip davon. Wir haben jetzt gesehen, wie das aussieht. Leute, wenn das Ding fliegt. Und jetzt haben wir im Himmel ja auch etwas, was man hier oben ja sehen kann. Da komme ich aber gleich zu, wenn wir am Boden sind. Alphastein. Und du bist der Meinung, du weißt, was dahinter steckt. Neul. Ich weiß genau, was das ist. Was ist das denn? Geheim. Ja, aber dann erzähl mir doch bitte, Stein, was du alles so weißt, damit wir den Leuten das mitteilen können. Warte, kann ich dir jetzt sagen, das Video ist gefährlich. Du hast mir gesagt, wir sollen zusammen ein Video machen, du Idiot. Aber jetzt kommt... Boah, diese schabes Waffe ist so dermaßen OP, Alter. Warum landest du erst jetzt, du Idiot? Du verdammt der hoheren S***. Bring dich bitte einfach um. Bring dich bitte einfach um. Finish ihn. Nein, du Idiot. Ja. Wieso gucke ich mir das gerade an? Warum? Weil ich gucke mir jetzt von mir an. Junge, du bist 10 Minuten später gelandet als alle Gegner. Wieso hast du überhaupt Waffen bekommen? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was willst du? Warum ist dieser Kackbun so ein Glück? Was für Glück? Ich habe studiert. Gut, Alphastein. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt nochmal. Vielleicht versuchen wir dann einfach gemeinsam zu landen. Und du erzählst uns, Alphastein, was hinter diesen Dingen steckt, die du mir jetzt mitteilen wolltest. Baby, willst du es wirklich wissen? Ja, ich möchte es wissen. Wirklich? Ja, ich möchte es wissen. Ich gebe dir kein Geld dafür. Ich gebe dir kein Geld für die Scheiß-Dix. Ich kann gerade nicht. Hallo? Ich kann gerade nicht. Ich gebe dir kein Geld. Lass mich in Ruhe jetzt. Bitte, bitte. Komm, komm, komm. Wo bist du? Oh, gut. Weil du selbst bist. Mann! Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Baby. Ja, bitte. Siehst du mich? Nein, ich sehe dich nicht. Ich will mich jetzt eigentlich umdrehen, weil wir sonst... Ich kann gerade nicht gucken, Stein. Weil wenn ich jetzt lande, dann bin ich... Ich zeige dir, wo wir lang müssen. Komm. Ich kann jetzt nicht abdrehen, Stein. Wir fliegen gerade schon auf. Tiltet zu. Ich habe nicht aufmeldet. Komm, dreh dich um. Los. Nein. Lande einfach da, wo ich lande. Geht nicht. Ich bin schon woanders. Ach, Junge. Komm hoch. Okay, eine Person habe ich down. Okay, sind wir hier die Einzigen? Wir sind hier gerade die Einzigen. Wenn wir alleine sind, okay? Was klappt nur, wenn wir alleine sind? Ja, ich kann das nur erzählen, wenn wir alleine sind. Stein, uns hört sowieso keiner in Fortnite. Erzähl mir einfach... Da. Da kommt jemand. Der ist gerade hier. Erzähl mir... Ja, wohin? Nein, folg mir. Wohin denn? Ja, warte. Guck, da oben. Ja, was ist das? Ja, ich sehe das. Weißt du, was das war? Nein, ich weiß es nicht. Das hat irgendwas mit der Rakete zu tun. Warte, die Rakete her. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Nein, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist jetzt der heilige Strahl. Der heilige Strahl. Ja, der kann durch Zeit und Zukunft gehen. Der Strahl, der durch Zeit und Zukunft gehen kann. Ja. Und wo hast du diese Informationen her? Das geht nicht an. Guck, hallo, guck. Gehst du denn diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Äh, Digga? Das sind weitere Strahlen. Ja, die sehe ich. Weißt du, was sie bedeutet? Wahrscheinlich gar nichts. Event ist in sieben Tagen entstanden. Das hat nichts damit zu... Wo hast du diese Informationen her? Äh, Bibel. Stein, hast du namhafte, anständige Quellen für diese Informationen? Hallo, aber guck. Guck mal, das ist schon so lange her, ja? Ja. Boah. Was das bedeutet jetzt? Dass wir die Griechen gelebt haben. Da kommt noch einer. Warte. Die Leute in den Wurm. Ich muss da runter. Ich muss mir die Materialien holen. Ich muss mir die Materialien holen. Ich weiß, alle. Ah, super. Von allen Seiten mal wieder. Keine Materialien, keine Baumaterialien, keine Baumaterialien. Ich kann dir nicht helfen, verdammt nochmal. Ich habe... Ich weiß nicht, was passiert, was passiert. Los. Ruhe. Ach, rede. Ruhe. Pst. Also, Stein. Haben die Leute in Rom gelebt, ja? Die Leute haben in Rom gelebt. Der war zu Ägypter. Ja. 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 Dann werden wir halt schon vor den neuen Einzips haben. So ein Speer aus Ägypten. Aber hast du Quellen? Hast du Quellen dafür? Und ein Haus. Stein. Stein. Hast du Quellen dafür? Du erzählst mir gerade nur Bullshit. Darf ich nicht sagen? Wirklich? Stein, du hast keine Quellen. Geheim. Sag mir doch einfach ehrlich, dass du keine Quellen dafür hast. Ja. Nein, hast du nicht. Ja. Was? Ich habe dir ja nicht alles gesagt. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Hallo. Hier kommt jemand. Lass mich ausreden. Sei doch leise, verdammt. Okay, dann willst du es nicht wissen. Hier vor mir. Tod. Jetzt kannst du mir alles in Ruhe erzählen. Jetzt bin ich offen. Okay? Guck mal, das krasseste ist. Das krasseste ist. Du wirst es nicht glauben. Ich werde es nicht glauben. Es kommen. Es kommen. Autos. In denen man fahren kann. Stein. Nein, das ist ein Stein. Und die können fliegen. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Du erzählst mir auf der einen Seite gerade das angeblich. Aber guck, guck, guck. Ja. Warte, hier zum Beispiel, guck. Guck mal, du siehst die Einkaufslage. Ja, damit kann man fahren. Der hat vier Räder. Damit kann man fahren, ja. Hallo, guck. Ja, nein, was denn? Ja, ich gucke. Der hat vier Räder. Ja. Was hat noch vier Räder? Ein Auto. Ja, das hängt da. Es ist... Stein. Guck. Das ergibt schon Sinn alles. Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du erzählst. Von der Geschwindigkeit ist das dann so, ja? Kannst du so fliegen mit dem Auto? Man kann nicht. Stein, du hast... Hör mir zu. Bitte, lass mich ganz kurz ausreden. Du hast mir gerade versucht zu erklären... Ich arbeite bei Epic Games. Du arbeitest nicht bei Epic Games. Du bist irgendwie nachher gelaufen, da voll trocken mit einem Kill. Okay, du Opfer. Rechts von unserem Gegner. Warte. Vorsichtig, Stein. Push nicht alleine, push nicht alleine. Du pusht alleine. Warum tust du das? Ein Headshot von mir bekommen. Down. Ist genockt. Find ich ihn. Gut, sein Teammate muss hier auch noch irgendwo sein. Vorsichtig also. Ich glaube, der ist da vorne rechts. Komm, wir gehen lieber in die Zone rein. Deine Theorie ist ja ganz nett. Abgesehen davon, dass er überhaupt keinen Sinn macht und du keinerlei Quellen dafür hast. Du glaubst mir nicht. Ja, warum soll ich dir auch glauben? Du hast nicht mal irgendeinen Reddit-Post, irgendwas... Ich habe nicht gesehen, weil ich da blieb angelogen. Durchgehen. Du hast erzählt, du wärst Simon Desu. Ja. Bist du nicht. Ich schreibe auf Twitter. Stein, du bist... Ihr schreibt auf Twitter, das macht dich noch lange nicht zu Simon Desu. Du bist ein Schizophrener. Hi. Stein, bist du da vorne gerade in einem Kampf involviert? Äh, äh. Er ist abgestürmend. Fällt runter? Vollidiot. Oha! Verf***t! Oha! Warum pusht du alleine? Warum, Alperstein? Du Schizophrener, gestörter Hund! He! Das, was du mir hier erzählst, ist Schwachsinn. Es... Komm zurück und erklär mir, wo du diese Informationen her hast. Das geht dich nix an. Du hast diese Informationen hier einfach ausgedacht, damit wir ein Video machen können. Was laberst du? Wer bist du überhaupt? Was tatsächlich zutreffend ist, meine Freunde, ist, dass diese seltsame Fraktur da oben im Himmel, diese dort, sich von Tag zu Tag Richtung Seasonende hin immer weiter ausbreitet. Und so viel können wir auf jeden Fall sagen. Und ja, damit kann Alperstein vielleicht recht haben. Es könnte eventuell ein Portal in eine andere Dimension, in eine andere Zeit, was auch immer sein. Aber, dass irgendwann Autos und Römer gleichzeitig in Fortnite reinkommen... Du bist nur neidig! Auf was bin ich neidig, Alperstein? Auf den Erfolg! Von wem? Fortnite! Ich gönne Fortnite sehr wohl den Erfolg, Alperstein. Und das Argument, was du gerade genannt hast, ist auch wieder komplett leer. Und Bagger! Bagger auch noch! Ja, aber das geht schon zu weit! Erzähl's mir bitte! Das ist auch nur so 50-50. Aha. Und zwar, dort Flugzeuge kommen. Alperstein, jetzt drehst du komplett am Rad. Halt so, deine Hände kommt da so. So wie Jetpack. Alperstein, das Jetpack war das meistgehassteste Item im Vorteil. Und ich glaube nicht, dass Epic Games jemals den Fehler machen würde und ein ähnliches Item zurückbringt. Rewi. Ja? Wer weiß hier die Fakten? Ich oder du? Okay, vorsichtig, unten ist ein Gegner, ne? Hinter mir! Fick ihn! Er ist low! Fick ihn! Ich hab keine Waffe! Hab ihn! Hinter uns, da vorne. Direkt vor mir, direkt vor mir. Sehr schön. Okay, okay, komm. Wo ist der? Steilbhaus, entweder. Komm, er ist ja gleich oben am Dach. Er ist hier oben im Dachgeschoss. Oha! Rewi! Warum bist du da alleine reingelaufen? Möchtest du mir das erklären? Ich fahr mit dir. Okay, Stein. Hast du noch irgendwas nennenswertes zu deiner Theorie hinzuzufügen oder bist du fertig? Okay. Es gibt noch eine Sache, ja? Goldene Äpfel. Goldene Äpfel. Die sind mein Kaff. Das halte ich nun wirklich für sehr unwahrscheinlich, Stein. Die geben Hunger und ich will natürlich leben und steht. Gut, gut, du hast von mir gelernt. Ich hab nichts... Was soll ich denn von dir... Ich glaube, ich bin ein guter Lehrer, oder? Ja, wahrscheinlich liegt das an dir. Soll ich das studieren? Ja, tu das doch einfach. Studier doch einfach Fortnite als Lehrer. Okay. Gut. Also, Goldene Äpfel, die geben Hunger. Das heißt, die... Nein, ich bin unschen. Aha. Und du bist ja nicht sicher, dass du dich da zufällig gerade irgendwo im Spiel geirrt hast, weil eigentlich gibt es Goldene Äpfel in Minecraft. Und deswegen, ja, weil Fortnite klaut ja alles von Minecraft. Fortnite hat noch nichts von Minecraft geklaut, das Spiel sind komplett... Ja, Bauern, schießen. Achso, ja, okay, okay, tut mir leid, das hab ich ganz übersehen. Ich stelle auch keine Fragen mehr, Stein, okay? Ja, ich darf keine nichts mehr sagen, das war viel zu viel. Ich fliege noch vom Team. Welchem Team? Epic Games. Achso, du bist also derjenige, der das mit konzipiert. Ja. Aber bitte niemandem sagt, okay? Natürlich nicht. Und das heißt, du bist also... Bleibt es unter uns beiden, okay? Natürlich bleibt es unter uns beiden. Dann möchtest du mir vielleicht ganz kurz trotzdem erklären, seit wann du beim Epic Team arbeitest und warum ich dich bis jetzt noch nie auf irgendeinem Team-Event von Epic Games gesehen habe, oder? Geheim. Alles geheim. NSA, NASA, FBI. Ja, du weißt es, ne? Klar, natürlich. So wie immer. Alles geheim. NSA, FBI, NASA. Gut, dann werde ich mich jetzt schnellstmöglich hier irgendwie versuchen umzubringen, Stein, und das hinter mich zu bringen. Und hoffe einfach, dass diese Tortur, die ich hier gerade durchleben muss, mit dir schnellstmöglich endet, oder? Ja, ich stirb jetzt. Ich hab Termine. Ich bin mir sicher, dass du noch einiges mit dem Epic Games Team klären musst, oder? Ja, jetzt hab ich Stress wegen dir am Heim. Oh nein, Digga. Oh nein. Einversteigen. Danke. Das war das bestätigste Video in Fortnite, was ich jemals aufnehmen durfte. Bitte. Bitte. User in your channel was banned from the server. Das war das belastendste, was ich jemals in meinem ganzen Leben ertragen muss. Es tut mir leid, Leute. Ich hab überhaupt keine Ahnung, ob dieses Video überhaupt online kommt. Falls doch, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv nicht bei Alpha-Stein vorbei. Baby, du bist mein bester Freund. Du kannst nur sowas tun. Schaut definitiv nicht bei Alpha-Stein. Schaut definitiv nicht bei Alpha-Stein vorbei. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Schaut definitiv nicht bei Alpha-Stein vorbei. Bis zum nächsten Mal.